Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Land on Crossing New Leaf. Ich bin voll dumm, deshalb rede ich auch so komisch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt arbeiten, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt. Warum mache ich jetzt so komische Geräusche? Egal, ich habe mich schon wieder nicht verlaufen. Und wir haben immer noch nicht dieselbe Frisur. Ja Leute, wir gehen arbeiten, so wie es das letzte Mal auch hier. Das ist eigentlich langweilig. Ihr braucht meine Videos nur liken und abonnieren und kommentieren, damit ihr zufrieden, okay? Braucht ihr euch die nicht angucken? Doch, klar müsst ihr die angucken bis zum Ende. Nein, Spaß Leute. Auf jeden Fall angucken, abonnieren, liken. Wie das klingt, oder? Klingt voll komisch gemischt. Digga, wir gehen um 20 Uhr hier arbeiten. Hey Koffi, lass mich hier arbeiten, Digga. Los, mach jetzt. Ich will arbeiten. Du musst den Kaffee genauso machen, wie der Konin will. Ja gut, das machen wir sowieso nicht, aber egal. So, wer bist du? Hey, die Kugel, die kenne ich. Ah, keine Milch. Gut, mache ich nicht. Schon Rüstung. Keine Milch. Dafür aber ein bisschen süß, mit drei Löffeln Zucker. Boah, ich hab grad nix zu trinken da und ich hab Sau-Durst. Scheiß drauf. Ich komm jedes Mal an meine Konstruktion. Nee, ich kapier's nicht mehr. So, schmeckt dir's? Gut. Die Menge an Zucker, ja gut. Wer bist du denn? Geh weg auf jeden Fall, wenn du kein Geld dabei hast. Mit normal viel Milch, oh gut. Wir nehmen dafür aber die Doppel-Rüstung. Normal viel Milch und ein Löffel Zucker. Ich rate hier immer. Oh, shit. Irgendwie hat ich da grad immer rufen. Ich versuch, die Folge jetzt nicht zu Ende zu bringen. Ich hoffe, jetzt platzt keiner rein. Ich komm gleich! Ja, kann ich gleich machen. Ja, gut, mach gleich. Gut, ich hatte grad Besuch. Ja, und Besuch. Halt. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Scheiß drauf. So, bin ich ein Mokker. Auf jeden Fall. Leute, soll ich das jetzt hochladen, oder soll ich das nicht hochladen? Egal, Leute, es ist ein Zufall, es macht mir ja Spaß. Egal. Oh, komm, jetzt raten wir hier einfach ein bisschen Milch weg mich doch. Und ein Löffel Zucker. Ich hab kein Plan, ob ich das hochladen soll. Leute, was würdet ihr machen? Schreibt mir in die Kommentare, ob es eine gute Idee war, wenn ich das hochladen habe. Gar nicht lecker, vielleicht kannst du dann nächstes Mal die Kaffeesorte nehmen. Ich trinke... Die trinke ich gerne anders her. Hä, die war doch in letzter Folge auch da. Wollte meine Hand eigentlich wiedersehen? Hallo. Hey. Peter Pans Frau. Okay, jetzt hab ich schon wieder nicht aufgepasst. Doppelrost, dann nehmen wir einfach ein bisschen Milch. Und zwei Löffel Zucker. So, jetzt leck mich doch. Mach hin jetzt. Ich hab keine Zeit mehr. Ja, ich bin hier genervt, also. Ja, es gibt gleich auf jeden Fall Döner bei mir. Aber jetzt seid ihr so. Oh, jetzt hätte ich auch Lust auf Döner. Ja. Aha, ne? Nee, ich hab keine Zeit mehr. Kopf. Ja, gut, ich lese halt gar nicht mehr. Ich will Feierabend machen. So, ob ich jetzt... Ja, ich will Feierabend machen. Ich lade das Video auf jeden Fall hoch. Oh, ist doch lustig mit solchen Fails. So, also jetzt... Schon wieder kannst du nix mal was anderes geben. Das kaufst du alles bei Teddy. Du sagst dazu, ja, das Qualitätskaffee. Ja, nein. Was ist das? Wir bekommen... Ein Blatt. Nein, Spaß, was ist das? Sag mal. Äh, ich sag euch jetzt, Leute, was das ist. Das ist ne Körpermaschine. Also, auf jeden Fall gehen wir uns die jetzt mal angucken. Zu mir nach Hause nämlich. Achtung, mein Haus... Äh. Ist unaufgeräumt. Ja. Auf jeden Fall geh ich jetzt... Los. Düm, düm. Kennt ihr die Musik? Ja, garantiert kennt ihr die. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute, ich denk grad die ganze Zeit nach, ob ich das Video wirklich hochladen soll. Aber ich glaub, mit so einem Fail ist das doch lustig. Ja, mein Name, den kennt ihr sowieso, oder nicht? Ich heiße Timo. Weißt du, ich wusste. So, Leute, jetzt werd ich euch zeigen, wie die Kopfmaschine aussieht. Guckt sie euch genau an. Ähm. Da. Warte, ich zeig jetzt mit meinem Finger die. Da. Da, wo mein Finger drauf ist, das ist die. Und um meine Sicht. So, auf jeden Fall war's das mit diesem Video. Daumen nach oben. Like geben, kommentieren, abonnieren. Das reint sich immer. Like geben, kommentieren, abonnieren. Ja, man. Abonnieren einfach, liken und kommentieren halt. Ja. Und damit verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge von Emile Crossing und den anderen Sachen halt. Ja. Auf jeden Fall, das war's jetzt. Tschüssi, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.